Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, Pray, Let's Pray, Play, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich find's cool. Ähm, ja, wir machen die nächste Level, sag ich einfach mal, Fluchttempo. Hm, klingt interessant, wird es hoffentlich auch. Man hört Schreigeräusche im Hintergrund, das gefällt mir nicht, aber naja. Wir sind in dem letzten Level von einem Raubschiff aufgesogen und ich hoffe mal, wir sind jetzt in dem Raumschiff. Und sonst wäre das ja scheiße. Wow, 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 wow. Scheiße. Oh, mein Gott. Oh Gott. Wo bin ich denn? Übrigens, der Soundtrack ist von Jeremy Soul, einer meiner Lieblingsspiele-Musikmacher. Er hat nämlich auch die Musik zu Guild Wars und zu Oblivion gemacht. Das finde ich cool. Tommy. Jen. Großvater. Tommy. Ich kann nicht gehen. Nichts kann ich. Wo, 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 wo. Oh, shit. Yeah, yeah, yeah. Guck so, guck so. Oh, fuck, man. Was geht hier ab? Okay, ich habe mich auch ein bisschen bei meinen Freunden umgehört. Die Story soll richtig, richtig gut sein. Es soll einer der beste Shooter gespielt haben, den sie, äh, äh, sein, den sie je gespielt haben. Und sie haben Bioshock gespielt. Von daher freue ich mich auf dieses Spiel einfach nur. Ich freue mich einfach drauf. Mann. Mann. Was geht hier ab? Hey. Ich will... Oh, scheiße. Autos? Was? Oh, Gott. Nein. Was geht denn mit dem ab? Der Typ will uns befreien. Jetzt macht er die Super-Explosion hier. Oder so. Okay, sie fängt an zu beten. Das ist krank. Uniqua, whose breath gives life to all worlds, help us in our time of need, deliver us from evil. Uniqua, whose breath gives life to all worlds, deliver us from evil. Jen! Stopp! I'm trying to think. Uniqua will hear me. There's a great spirit. He's not here. Das stimmt auch wieder. Wenn es einen großen Geist gibt, dann nicht hier. Oh, scheiße. Er hat's hochgejagt. Gut. Oder schlecht. Ich weiß es nicht. Lasst mich endlich los. Nein. Wow. Hier, super Rohrzangen-Clopping. Was geht hier ab, ey? Wow, super Taschenlampe. Gibt's ja auch. Achso, das ist Feuerzeug. Das sieht ekelhaft aus, ey. Spiel gespeichert. Super geil. Wow. Geht weg. Du bist ein Scheißvieh, weißt du das? Scheiße, schätze nicht. Okay. Gut. Ekelhaft. Knopf drücken. Super Knopf drücken. Stirb. Du musst sterben. Du musst sterben. Fuck, man. Was ist das hier? Boah. Stirb doch. Stirb doch. Sterbt alle. Okay. Wow, wow, wow. Drogenflash. Super Drogen. Super Drogen. Drogen. Portal. Das ist eins der Portale. Krasse Sache. Krasse Sache. Ja, das ist eins der super coolen Features. Merke, wie sich all deine Sinne in der Portalwelt verbiegen oder so. Stand auf der Packung drauf. Gut. Nach einer Zeit geht das... Okay, die laufen an der Decke. Davon habe ich auch gehört. Hier soll es Stellen geben, wo die Gravitation nicht mehr so eine Rolle spielt. Also sie zeigt nicht... Arschloch. Geht nicht. Was steht da? Ich kann es nicht lesen. Okay, das funktioniert anscheinend nicht. Gut. Gehen wir einfach mal in diese Richtung. Das ist nicht unmöglich. Die laufen an... An so einen Bänden kann man hochlaufen und so. Was sind diese Dinge? Ich fühle... gut. Das sind Lebensdinger. Die machen Leben. Geil. Okay, das ist also ein Portal wieder. Haube, haube, haube. Von euch lasst mich doch nicht erschrecken, ey. Ekelhaft. Was machen sie mit diesen Leuten? Oh, scheiße. Okay, Leute. Ich sag es jetzt. Oh, nee. Nee. Geht weg. Das Spiel ist ab 18. Nur mal so zur Info. Oh, fuck. Ja, haltet durch. Fuck, man. Also, die Atmos... Nein, ich werde es aufhalten jetzt irgendwie. Macht's auf. Das ist nicht Ihr Ernst. Scheiße, man. Was machen die für einen Psychoterror mit einem? Du Scheißvieh. Du warst das. Die Jäger. Okay, die Hunter. Oh, super Portal. Geil. Geil. Das geht auf. Geil. Wow. Gut. Wir haben, glaube ich, das erste Level beendet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss, meine Freunde. Leechi LP. Yeah.